Sonntag, der 2. Juni 2024 und damit herzlich willkommen zu jeden Tag ein Ü-Ei. Heute öffnen wir ein neues Kinder-Joy-Ei und ich bin gespannt, was enthalten ist. Freut euch also auf das Kinder-Joy-Ei des Tages. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Also ein Inhalt der DC-Fanko-Pop-Figuren und diesen Inhalt hatte ich noch gar nicht, das Spielzeug mit dem Sticker. Wir sehen uns dann morgen hier wieder bei Jeden Tag ein Ü-Ei. Seid auch morgen wieder mit dabei. Bis Liebe, euer Stefan von unserem Sammler-Team. Macht's gut, ihr Lieben. Bis morgen. Hm.